Das ist Michael. Michael hat vor kurzem seine Unterlagen sortiert und dabei festgestellt, dass er viele verschiedene Versicherungen hat. Er sich aber nicht sicher ist, ob alle so Sinn machen und er nicht vielleicht in einigen Bereichen sogar doppelt oder überversichert ist. Außerdem spart Michael noch regelmäßig für seine Altersvorsorge und hat auch noch eine Lebensversicherung abgeschlossen. Brauche ich das alles? Reicht das? Sind das die richtigen Produkte? Wie bekommt Michael Gewissheit? Er erzählt seinem guten Freund Peter von seiner Situation und fragt diesen nach einem Rat. Peter empfiehlt Michael zu einem unabhängigen Finanz- und Versicherungsmakler zu gehen, bei dem Peter selber Kunde ist. Als Makler ist dieser gesetzlich verpflichtet, im Interesse des Kunden zu handeln und neutral und unabhängig zu beraten. Zuerst fragt der Makler Michael nach seinen Zielen und Wünschen, um seine Beratung optimal darauf abstimmen zu können. Anschließend macht er mit Michael eine genaue Bestandsaufnahme zu allen bestehenden Verträgen. Dazu benötigt er natürlich sämtliche vorhandenen Unterlagen. Nur so kann festgestellt werden, ob die bestehenden Verträge zu Michaels Zielen und Wünschen passen, ob Verträge eventuell sogar doppelt abgeschlossen wurden oder es Lücken in der Altersvorsorge und im Versicherungsschutz gibt. Als nächstes vergleicht der unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler die Produkte und Angebote verschiedener Gesellschaften und zeigt Michael Optimierungsmöglichkeiten auf. Michael hatte bei seinen Zielen und Wünschen nämlich angegeben, dass er sich gerne in Kürze eine Eigentumswohnung kaufen möchte. Michaels unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler bereitet nun alle Unterlagen vor, unterstützt Michael bei Schadensfällen und bespricht regelmäßig mit ihm, ob alle Verträge noch der aktuellen Lebenssituation entsprechen oder der Versicherungsschutz angepasst werden sollte. Michael ist happy. Durch sein neues Versicherungs- und Vorsorgekonzept, das ihm sein unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler ausgearbeitet hat und durch die Nutzung steuerlicher Vorteile und staatlicher Zulagen, spart Michael jährlich 800 Euro an Beiträgen und hat seine Altersvorsorge in trockenen Tüchern. Von den gesparten 800 Euro hat Michael schon seinen nächsten Urlaub gebucht und empfiehlt seinen unabhängigen Finanz- und Versicherungsmakler in seinem Freundes- und Kollegenkreis weiter. Machen auch Sie es wie Michael und profitieren Sie von den Vorteilen einer unabhängigen Beratung. Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie sich überraschen, wie viel Geld auch Sie durch unsere Beratung einsparen können.